Du lass mich einfach abholen. Wird dir mal Zeit? Ich verzweifle langsam. Warum? Ich habe keine Arbeit, was ich machen soll. Okay, erreiche Stufe 76 und verwende dann die Tesa-Bobo-Skulptur. Ja, gut. Das dauert. Tesa-Bobo? Ja, ja. Den kann ich noch in Erinnerung. Nein? Warum? Wie hast du den? Warte mal. Hä? Tesa-Bobo. Ja. Also, warum heißt der Tesa? Weiß ich nicht. Vielleicht weil er in der Luft schwebt und irgendwas am Rücken kleben hat. Ich weiß es einfach nicht. Okay. DJ Bobo. Was macht denn die Alte hier? Die tanzt. Die ist ja doof. Wirksen. Was? Was macht die? Wirksen. 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 Woher weißt du das? Wie entwickelt sich das hier? Ich habe blaue Flügel im Übrigen, Tyrox. Das ist nicht Haus-Party. Das sieht so aus, ey. Moin. So einfach geht das. Was? Ich muss da lang. Ich muss da oben irgendwo im blauen Gebiet was killen. Guck mich an, Alla. Du bückst dich. Ich wurde einfach penetriert. Alles klar. Guck mal her, ist Melvin drauf. Ich dachte gerade, Melvin ist nicht im Spiel dabei. Warum bückst du dich Tyrox? Ich bück mich nicht wegen Melvin. Ich bück mich auch nicht wegen dir. Äh, ich bin gar nicht mehr in deiner Nähe. Das ist auch gut so. Aber warum hast du rote Flügel? Ich habe richtig schöne Eisblaue. Ich habe rote. Ich habe Eisblaue. Ich habe rote. Ich habe Eisblaue. Ja, rote. Und was muss ich hier jetzt so machen? Oh ne, lass mich in Ruhe, du verkackter Riesenheil. Mann, geh weg, du Arschgeige. Ja, alles klar. Du elender Wichser, du ey. Jetzt töte ich dich dafür. spouse-jeorg. Kinder-jeorg. Für Pause-》-jeorg. Zum Beispiel. Braucht-jeorg! Wow, Professionalٌиссys! Tyrox braucht einfach meine Freundin. Oder so. Melvin! Ja? Du bist ja Single oder? Hm. Nein. 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 Warum? Nee, warum? Keine Ahnung, ich frag sicher jetzt warum. Kann ich mal sehen, was du so wissen. Wer nicht frag, wird schlau. Tausend goldes Sachen, die gibt es lieber eingesehen. Wie hat ein ungültiges Ziel ausgewählt? Ich kann das nicht weiter. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Wer wie was, wer wie was. Ja, ich darf nicht die ganze Zeit jetzt hier singen. Die Leute kriegen sonst einen Hörsturz. Aber bei mir. Du hast ja so voll die weibliche Stimme, wenn du singst. Oh mein Gott. Ich hab halt voll die Raucherstimme beim singen. Apropos, wie hat sich das gerade angehört? So eine krechzende alte Raucherstimme oder eher normal? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, danke für die Antwort. Weiß es nicht. Boah, ich kann nicht in den Memes-Channel gucken. Danke. Bitte. Und du sollst offen Memes zu posten. Du bewegst dich nämlich schon wieder kein Stück. Doch, habe ich. Ich bin gerade ein Puffer für Schlatschen. Nee, ich sehe dich hier nicht. Wir rennen gerade. Wir rennen gerade Melvin 2.0 hinterher und jetzt 3.9. Toll. Ich sterbe nicht. Dann heil dich. Du hast doch bestimmt Tränke, oder? Ja, aber es gibt ja einen cooldown von 30 Sekunden. Und da warst du tot. Ja. Und wo musst du... Ach du Scheiße. Weil das gerade kommt. Haben wir uns hier Dings gelassen? Nee. Nee? Okay, da musst du... Dann musst du dich mal beim Obelisken hier... Ja, das gibt's doch nicht. Ich muss mindestens 5 Minuten warten. Lol, ernsthaft? Ja. Nee, normalerweise gibt's doch hier irgendwo den Obelisken, wo du dich hier... Wie nennt man das? Prägen lassen kannst, dass du halt dann auf der äh... in der Stadt oder in der Map äh... wieder startest. Oh doch jetzt... Oh nein, ich... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, du musst einen ganz großen, tollen Weg zurücklegen, so wie sich das anhört. Oh nein. Oh doch. Ja. Das ist kein gültiges Ziel. Das ist das falsche Ziel. Höh! Wie viel muss ich von denen eigentlich killen? Ach da, Hochlandleder. Drei... Vier... Eins noch. Ich nehm das hier unten. Sieht so stark aus. Ach, da bist du doch wieder beim Tempel des Vergessens. Ja. Ja. Ist noch leck. Äh... Wo muss ich hin? Ich kann mich wieder als Katzenvergleit. Das ist schön. Ja. Das ist alles, was ich mag. Erledige den Glanzel, Maro. Boah. Mir auch alles. Da ist der Glanzel. Ach du Scheiße. Der sieht geil aus. Den will ich als Reittier haben. Da war er weg vom Fenster. Äh... Die Geheimnisse bla bla bla. Untersuche bla bla bla. Beseitige große Hochlandgeist. Ist das nicht hier hinten? Nein. Heiler, der... Ach die sind gleich hier im Hinter... Dings... Stübchen. Geil. Das ist das falsche Ziel. Aber guck mal, du bist immerhin schon mal Level 60, ne? Ist besser als 59. Danke. Äh... Ich hatte doch noch hier... Beschwöre... Erreiche die Stufe Wurmeln und verwende das Pixel-Magiebuch. Okay. Ja, ist okay. Merke ich mir. Der Arschkang. Elias Kristallkurve. Hier ist ein Elias gespawnt. Schimilio-Vertrag der Hamarun oder der Abia? Was nehm ich denn? Äh... Erinnert euch... Äh... Agent an. Nicht möglich. Einer besitze einer beschworene Schimilio zur Verwendung. Agent... Ne, ich nehm... Nehm ich Abia oder... Ich nehm Hammerun, der hört sich so geil an. Erreiche die Stufe 35 und verwende die Perle der Lust. Was für ne Lust? Na, wenn du äh... I drückst, hast du doch ähm... Perle, dann dieses Buch und diese Skulptur, die du verwenden kannst. Und da kriegst du halt auch immer ein paar Gegenstände und ich muss mal wieder anfangen welche zu verkaufen. Aquana-Waffe... Ich hoffe ich hab noch so viel Platz. Jep, hab ich. Sehr schön. Guck mir allein... Waffe, du Arschgeige! Jetzt bist du dran, Miststück. Was, was mir gerade aufzählt? Was was denn? Dass du ja bei den... bei den Engeln sind. Was? Bei den Engern? Ja. Auf der Hälfte. Okay. Kann gut sein. Wir spielen hier das Spiel. Oh, das ist das Spiel, was wir eigentlich machen. Ja! Ich weiß, dass ich die dunkle Seite gewählt habe. Ja, ich auch. Zeichen des Glaubens. Habe ich das jetzt eingesammelt? Ich glaube schon. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich die Dinger hier töte. Ich habe drei Quests, wo ich hier Mops killen muss und Sachen einsammeln. Ich habe aber keinen Platz im Inventar. Och ernsthaft, wieder so eine Stinkblume. Tyrox, wenn du mal End drückst und die Map aufmacht hast du... Oh, da war sie weg. Gut, brauchst du nicht mal machen. Da wurde gerade eine Siedlungs-Belohnungstruhe angezeigt auf der Map So, gib mir deine Waffen, du Arsch So, noch zwei Waffen Zwei Zeichen des Glaubens Und was noch? Irgendwas ist doch hier noch So, zwei Quest zum abgeben, drei Quest zum abgeben, geil Warum gebe ich die nicht ab? Warum finde ich die Questgeber eigentlich gar nicht mehr So, erledigt, nee, fehlt mir noch eine Waffe, hä, ich hab die doch gerade eingesammelt Was ist denn los? Das, das, das gibt's jetzt nicht, oder? Was ist denn los? Musst du es ans anderen Ende der Map brennen? TP dich doch Oh man, ich will so schlagen Okay, dat hammer Zeichen des Glaubens Zeichen des Glaubens Noch eins Dann wäre ich soweit Dann gehe ich erstmal die Quests alle abgeben, wenn ich hier durchblicke Das war ein Sternkristall Schön, ich darf noch ein Mob killen Ähm Ähm Da oben ist noch irgendwas, genau ich DP mich jetzt auch erstmal ganz kurz, das war falsch. Einmal dorthin. So, da kann ich ja gleichzeitig Leben wrecken. So.